Hey Leute und willkommen zu einer Runde Blockhand auf dem Hypixel Server, äh auf dem MyPlex Server und ähm, ja, wir, ein neues Video hier und äh, zwar ist das hier, was nehmen wir denn? Komm, wir nehmen mal so einen Kessel. Oder eine Melone. Ne, ich weiß gar nicht. Egal, wir nehmen jetzt einfach mal so einen Kessel hier und ähm, ja, das ist das erste Video, wo ein Buchstabe für das Gewinnspiel versteckt wird. Wer das Gewinnspiel noch nicht gesehen hat, der sollte sich das unbedingt mal angucken, weil ihr habt da ja die Chance, 20 Euro Paysafe, ähm, eine Million Fifa-Münster. Oder 5 Monate Premium auf irgendeinem Minecraft Server zu haben, den ihr euch aussuchen könnt. Und ähm, ja, also guckt das Video hier auf jeden Fall zu Ende. Ähm, damit, äh, ihr eben die Chance habt zu gewinnen. Alle weiteren Infos für dieses Gewinnspiel könnt ihr dann im anderen Video nachgucken, ähm, wo ich dann eben das Gewinnspiel erklärt habe. So einfach ist das. Und ähm, ja, das wollte ich nochmal so anmerken. Es gibt eine Runde Blockhahn, weil ich es einfach nicht mehr geschafft habe, äh, ein Andriffsvideo zu machen. Und ähm, weil, ähm, weil, äh, jetzt mal kurz aufhören, weil hier irgendwo eine Hand ist. Ähm, weil, ähm, weil ich es nicht mehr geschafft habe, irgendwas aufzunehmen. Und weil, äh, äh, ach, ich komme die ganze Zeit aus dem Konzept. Also, weil ich es nicht mehr geschafft habe, was anderes aufzunehmen. Und weil, äh, es hier bei, äh, Altes Live, äh, weil mein Renderprogramm bei Altes Live Probleme hatte. Das habe ich bei Altes Live schon den ersten Buchstaben gemacht. Aber das kriege ich ihr dann beim nächsten Mal. Wirst du wahrscheinlich. Mal gucken. Ja, ähm, irgendwie langweilig gerade. Aber hier ist ja gar keiner. Komm, ist immer einer kommen. Gutes Versteck hier. Ja, auf jeden Fall. Erstes Video mit Buchstaben drin. Der Buchstall wird auch fertig sein. Ich muss weg, ich muss weg. Sorry, Leute, dass ich gerade irgendwie beschäftigt war. Aber ich bin gerade jetzt hier kurz angespannt. Ich brauche irgendeinen anderen Block. Ich hoffe... Oho. Das war kacke von mir. Egal, da bin ich jetzt halt Hunter. Ähm... Und ich bin TNT Hunter. Dann holen wir uns mal ein paar Spieger, würde ich behaupten. Obwohl das Ganze hier auf dem Server ziemlich schwer ist. Weil, äh, weil es, äh, weil es eben, wenn man hier eben jeden Block wirklich, also fast jeder Block sein kann. Setz ist ziemlich schwer. So, aber hier ist keiner. Nö, vielleicht der Kessel. Nö, 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 nö. Äh, nö, 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 nö. Äh, nö, nö, nö. Äh, nö, nö, nö. Keine Ahnung. Alter! Das habe ich gesehen, mein Lieber. So. Dead, Junge. Schrointinti. Ernsthaft. Ich dachte, das könnte man ein bisschen weiterwerfen. Bleib stehen. Jawohl, schön. Leute, wenn ich das gerade höre, hat im Hintergrund, das ist, äh, ein Telefon von mir, würde ich mal sagen. Kleinen Moment, bitte. So, unser Beach wieder. Ich habe ja immer in Muttel gesagt, dass der da rein gehen soll. So. Ähm, weiter geht's. Ne, hier ist keiner. Ach, schau, schau. Können wir auf einmal so viel weiter hierher. Gehen wir da doch mal drauf. Oder doch nicht. Hatsch. Yay. Ach, es gibt nur noch einen Heiler. Und noch eine dritte Sekunde. Yay. Yay. Boom. Boom. Das macht doch Spaß. Ja. Und noch einmal, äh, die Map. Nein. Boah, ma, Troll. Oh, ja, ey. Oh, oh. Oh, ja. Oh, ja. So hieß der Toil. So, noch einmal hier rein, komm. Oh, das ist zu Ende. Ja, gut. Ähm. Ähm. Ich würde sagen, wir hängen direkt noch eine Runde ran. Auch wenn das Video hier gerade ziemlich planlos von mir ist. Und, ähm, ja. Also, ich habe gerade nicht viel zu sagen. Ich muss einfach noch ein Video rausbringen. Sonst klappt das mit dem Gewinnspiel nämlich nicht. Und, ähm, deswegen hängen wir noch eine Runde hinten drin. So einfach ist das. Darf man hier sterben? Da unten ist ein Drache. Jetzt ist der Drache weg, das Wort. Nein, der ist noch da. Da ist er. Och, man, oh, ich will doch den Drachen sehen. Der sah ja anders aus. Ja, Minecraft Musik ist an. Geil. Ich wollte jedoch noch andere Musik hinter machen. Moment. Options. Music and Sounds. Music. Off. Ja, hier will ich meine Musik rein machen. Entschuldige mal. Geil. Ähm. Ach so, wir müssen hier noch... Ah, ne, ich bin Swopper Heider. Gut. Dann ist gut. Ja, wir überspringen kurz die Wartezeit und sehen uns gleich wieder. Bis gleich, Leute. So, Leute, da bin ich wieder. Noch sechs Sekunden. Fünf, vier, drei. Nein, okay. Hm, ja. Dann geht's auch direkt in die nächste Runde. Und ich würde mal sagen, wir gehen diesmal ein bisschen woanders hin, oder? Jetzt sind wir überhaupt in Fernsehen, oder? Hallo? Ich komme da gar nicht rein, das wusste ich nicht. Es tut mir so leid. Ja, ich habe gerade keine Ahnung, wo ich mich verstecken würde. Hier hoch. Alter, scheiß Ofen. Komm. So, Spruce wutscht. Alter, ich kann kein... So, dann stellen wir uns einfach mal als Flower Pot hier hin. Ich weiß nicht, wir machen das gerade hier. Voll auffällig, ein bisschen Feuerwerk. Aber, Leute, man muss auch was wagen. Wenn ich nicht wagen, der nicht gewinnt. Wie man so schön sagt. Ja, komm. Ja. Ich weiß nicht großartig, was ich noch erklären soll, ne? Ihr werdet wahrscheinlich hauptsächlich nur noch der Musik zuhören. Aber, äh, ich habe halt einfach nichts mehr zu sagen im Moment. Weil, alleine habe ich schon lange nicht mehr gespielt. Ich bin nicht so alleine und da kann man nicht so über Themen reden. Doch, über Themen kann man eigentlich reden. Ich hätte mir immer Themen raussuchen sollen. Das mag ich jetzt immer. Versprochen. Ja. Ja. Ich verspreche es euch. Ähm. Alter, da ist irgendwas. Achso, da unten. Ja, ja. Bumm. Miau. Ja, auf jeden Fall. Nein! Achso, okay. You cannot morph. Gut. Ja, ich... Ja. Jetzt nehmen wir sicher jetzt selber den Flower Pot wieder. Nicht, dass da irgendwas kaputt gegangen ist. Ja, Leute. Ich kann einfach mal hier ein bisschen stehen. Und guck mal die schicke Uhr da oben an. Aber wenn hier einer vorbeikommt, ja, dann... Dann wird hier einer sterben. Ich will jetzt schließlich hier mal, äh, eine schicke Axt haben. Da ist einer. Komm, noch zwei Schritte. Das war schon mal knapp. Oh, der Kleine weiß gar nicht, woher die Pfeile kommen. Oh, er checkt es immer noch nicht, ey. Bam, Junge. Der kassiert. Eisenhack. Und jetzt kommt einer. Oh, der ist klicklich... Der ist klicklich versagt. Nice, wir haben eine Diamantachse, Leute. Und jetzt heißt es schnell weg, hier. Eine Hyper-Axte, Leute. So, äh, was ist los? Nein. Bitte nicht, Java, Error oder sowas, ey. Komm schon. Ich war sogar mega gut drauf hier gerade, ey. Oh, lol. Ja, geil. Schön, schön, schön. So was gefällt mir natürlich. Ähm, TNT-Hunter oder... Was ist denn... Äh, hier. Ach so, da kannst du... Ach so. Ja. Kann man machen, ne? Kann man machen. Kann man das ausprobieren. Ja, geht auf jeden Fall. So, aber wir werden hauptsächlich unseren Bogen benutzen, weil Bogenschießen bin ich leicht besser. Äh, bin ich nicht leicht besser. Ich bin... Ich meine hauptsächlich unsere Achs benutzen. Ähm, weil... Naja, ne? Ich kann zwar ganz gut Bogenschießen, aber... Weil... Aber Tobi ist da... Noch eine Klasse besser. Das kann man wohl so sagen. Dafür bin ich besser. Im Nachhinein. Was ist denn da los? Guck mich mal an, der bleibt in der Luft stehen, ey. Was ist denn los mit dem? Was ist denn? Was ist denn? Okay, das ist weg. Kann ich schießen? Oh. Ja, kann ich. Ähm... Komm, einer von denen ist doch einer. Ich weiß doch doch. Kann man auch Kisten sein. Ähm... Aber keiner von denen war tatsächlich... Vielleicht der. Das ist wieder typisch Da springst du Und dann springst du in das einzige Spinnweben, was hier in der Umgebung wahrscheinlich ist Geil Ja, geil Ich wollte auf das 10 wieder hinschießen Okay, aber da ist Kann What are you What are you Kenny und Easy Smiley Alter, ich werde das Bild kaputt machen Jawohl, ich bin so ultimativ gut Ah, schon geil, ne Ob ich drauf hab Das nennt man uncool Heutzutage Ja, Gott sei Dank ist Ende Weil ich steck hier ein bisschen unter der Map Ja, Leute Das war's Bis zum nächsten Mal Also Ich bin Torben und ich kann nicht sprechen Bis zum nächsten Mal Haut rein Tschö Mit Ö Bis zum nächsten Mal Tschö Ding Vielen Dank.